Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Hip-Hop hat ein Oberbegriff für fünf Elemente, DJing, MCing, Breakdance, Graffiti und Beatboxing. Vor drei Jahren haben wir noch schwer gekämpft, das letzte fünfte Element durchzuboxen. Aber jetzt ist es wirklich das fünfte Element. Mensch, jetzt gründen wir eine eigene Meisterschaft. Auf einmal haben wir ein riesiges Feedback bekommen. Dann ging es los in Polen, in Tschechien, in Finnland, in England. Beatbox-Battle lief in den fernen Ländern. Die erste Weltmeisterschaft. Wir haben das Team Deutschland vertreten. Hey, dabei sein ist alles. Kommt her, lernt euch kennen. Es geht gar nicht darum, der ist jetzt mein Feind und so und so. Ist heute gar nicht mehr so. Jeder Hip-Hopper ist der größte, coolste, irgendwie so hat die dicksten Eier und will alleine geil sein. Rap ist nicht dicke Eier, Rap ist nicht Verbalsprache, Rap ist Sinn und Verstand. Ach ja, Hip-Hop. лиp-Hopper